Musik Man sagt ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erleben. Und das trifft ganz speziell zu für Brasilien. Ich sage jedem Gast, der auf Brasilien kommt, wenn du aus dem Flugzeug aus dem Flughafen steigst, dann vergiss einfach die Schweiz. Vergiss einfach alles, was du gelernt hast, von Kindesbeinen auf. Hier ist einfach alles anders. Zwar ähnlich, aber anders. Heute wollen wir einmal in diesem Quartier, in Novo Horizonte. Das ist ein Stadtteil der Stadt Serra in Espírito Santos. Das Industriequartier. Wenn wir einmal die Ernährungsgewohnheiten anschauen, vom mittelständischen Brasilianer, also vom Verkäufer, vom Angestellten usw. Wir sind hier gerade vis-à-vis von so einem typischen brasilianischen Restaurant. La de casa heisst das. Und wir wollen doch jetzt einmal schauen, was gibt es hier zum Mittag. Jetzt haben wir gerade das Glück, dass wir schon bevor wir ins Restaurant kommen, der Chefin begegnet von dem, und zwar der Rosangela de Escargua. 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 Boa tarde. Escargua. 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 Heute haben wir eine spezielle Strogonofe, heute haben wir eine spezielle Faroffe und die Essen von Sente. Sie sagt also zu Coro, ihre Gäste haben ihr Essen wahnsinnig gerne und sie kochen. Da hat sie einen Applaus dran und ich habe sie gefragt, was ist das beste heute? Sie sagen ja alles eigentlich oder das, das, das. Wir wollen es auch noch probieren. Wir wollen sie später probieren und sie kommen. Sie sagen ja, es ist meine Gäste. Danke. Frau Angela, jetzt ist die Essen bereit. Die Freguesen kommt. Jetzt kommt sie zu essen. Quanto kostet ihr für ein Almoz? 12 Reais. 12 Reais. 12 Reais. 12 Reais. 12 Reais. 1 Reais. 1 Reais. 1 Reais. 12 Reais. 12 Reais. 12 Reais. Dann, wenn ihr noch mal wiederstückt habt, dann noch 12 Reais. Dann schieße ihr für 12 Reais. Und dann schieße ihr unser Prozess. 12 Reais. Schieße übel. 4 Reais. 15 Reais. 12 Reais. Und dann wirst du es chuckle oder bier? 15 Reais. 13 Reais. 40 Reais. Ich glaube, aber noch einen Beitrag. 20 Reais. 30 Reais. 15 Reais. Das ist der Preis. Sie kaufen einen Spezialen oder baraten? Ich kaufe an Atacado. An Atacado? Sie kaufen in Großen. Sie kaufen in Großen. Da wo Sie kaufen? De legume, salada? Ich kaufe alles an Atacado. Da wo? As verduras, in Seasa. No Center de Distribuição de Verduras. E a comida an Atacadão. An Atacado. Alles bei den Grosshändern. Zum Beispiel das Gemüse und die Seasa. Das ist ein Riesenmier, ein grosses Markt, wie man es uns in Zürich im Harten Raum noch vorstellen kann. Nur noch ein viel grösser. Jetzt haben wir gerade noch das Glück, zwei Brasilianerinnen amnettischen anzutreffen beim Mittagessen. Wie seht ihr? Fátima. Fátima, wie immer hier? Manchmal. 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 Manchmal ist er. Manchmal. providers waren. Brim印stall waren 그냥.... Tanven? Manchmal. Walla gefragt. Williens... ... Und wenn Sie auch hierher kommen, warum Sie hierher kommen? Weil es hierher ist gut. Und der Preis ist es hoch? Nein, es gut ist. Und hierher kommen, wenn Sie hierher kaufen? Ja, es gibt einige Kunden. Sie sind es glücklich mit dieser Herkunft? Ja. Ein Prat ist da oder zwei? Ja, nur ein. Nur ein ist gut. Vielen Dank. Du, Los Angeles, machst du viel propaganda für die Leute hierherkommen? Nein. Sie kommen immer die gleichen Leute? Nein. Es kommen Leute, aber ich mache keine Propaganda. Also Sie machen überhaupt keine Werbung für das? Ja, hier kommen die Einfluss. Es gibt natürlich viele Leute hierherkommen. Es gibt viele Konkurrenten hier? Ja, viele. Viele? Viele. Also Sie sagen, wir haben viel Konkurrenz. Da müssen wir also schon kämpfen um jeden Gast. Ich und ich und andere gehen. In der Finale-Semana, wo Sie hier festhalten haben, wo Sie hier festhalten haben, wo Sie hier festhalten haben. Was machen Sie hier? Galetto. Ja. Also am Wochenende gibt es am Sonntag, Domingo? Ja. Am Sonntag gibt es also Hühner, fertig vom Grill gemacht. Ich habe gesehen, ich habe mal so einen Hühner geholt. Kostet etwa 30, 30, 30 Heiss. Kostet es meistens um Galetto. Sie kaufen auch ein bisschen, oder? Ja. Sie kaufen auch ein gebrates Fleisch, auch in Perna. Also Hühner, Köulen, Hühner, Beine natürlich. Hühner, Brust, Halbung, Hühner, ganze Hühner. Also mögliche. Quantos Galetto wenden Sie ein Domingo? 150 a 200. Nein, nein. 200 Hühner ungefähr verkauft sie. Also recht. Manche. Da ist viel Arbeit. Ja. 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 Na, ja.